Warum gibt es Unglück? Warum das Böse in der Welt? Bevor Wissenschaften wie Medizin und Meteorologie uns Erklärungen für die Entstehung von Krankheiten und die Launen des Wetters lieferten, suchten die Menschen anderswo nach den Ursachen für solche Schicksalsschläge. Wenn sich Unglücksfälle häuften oder aus heiterem Himmel über die Leute hereinbrachen, dann musste Hexerei im Spiel sein. Bis heute gehört der Hexenglaube in vielen Gegenden zum Alltag. Aber wie erkennt man eine Hexe? Überall auf der Welt glauben Menschen, dass es Hexen gibt. Und überall auf der Welt ähnelt sich dieser Glaube. Das hat die Hexenforscher stutzig gemacht. Wie kann das sein, wo es doch sonst gewaltige Unterschiede in sämtlichen Bereichen des Lebens gibt? Beim Essen, in der Kleidung, der Kindererziehung, bei der Aufgabenverteilung zwischen Männern und Frauen, bei dem, an welchen Gott geglaubt wird. Aber bei den Hexen herrscht weltweit eine große Übereinstimmung. Auch wenn sie unterschiedliche Namen haben und sich äußerlich sehr voneinander unterscheiden, so gibt es doch verblüffende Gemeinsamkeiten. Zunächst einmal ist eine Hexe böse. Sie verursacht Böses mit magischen Mitteln. Sie bringt Unheil über die Menschen, indem sie diese krank werden lässt oder ihnen sogar den Tod schickt. Sie kann jemanden so verhexen, dass er ein Unglück nach dem anderen erfährt. Die Hexe kann aber auch Wetter machen oder Heuschrecken rufen, die die Ernte auffressen und den Menschen dadurch Hunger und Not bringen. Überall auf der Welt sagt man den Hexen nach, dass sie Kinder rauben und gierig auf Kinderfleisch und Kinderseelen sind. Außerdem besitzen sie die Fähigkeit, sich in Eulen, Katzen oder Schlangen zu verwandeln. Haben sie eine Tiergestalt angenommen, nähern sie sich meist in der Nacht ihren Opfern und stehlen ihnen das Leben. Fast jeder weiß, dass Hexen fliegen können und so ihr Unwesen an entfernten Orten treiben können. Um der Hexerei beizukommen, braucht man Gegenmittel. Auch diese ähneln sich auf der ganzen Welt. Wichtig aber sind zuvor die Experten, die die Fähigkeit besitzen, Hexen grundsätzlich zu erkennen. Zunächst stellen sie fest, von wem die Hexerei ausgeht. Erst dann, wenn die Person oder das Wesen identifiziert ist, ergreifen sie bestimmte Maßnahmen, um den Zauber zu bannen. Sie veranstalten geheimnisvolle Zeremonien, bereiten eine Medizin zu, sagen einen Spruch auf oder hantieren mit einem Amulett. Je nachdem, wo sie leben, nennt man sie Medizinmänner, Schamanen oder Hexendoktoren. Sie alle setzen sich mit ihren Möglichkeiten für das Gute ein, wollen nichts anderes, als die bösen Kräfte zu bekämpfen. Zu allen Zeiten wurden und werden Hexen nicht nur verdächtigt und gejagt, sondern auch getötet. Und auch dabei zeigt sich eine weitere Gemeinsamkeit. Die großen Ähnlichkeiten im Hexenglauben haben bei einigen Forschern zu der Vermutung geführt, dass dieser einen gemeinsamen Ursprung hat, wobei seine Verbreitung durch Völkerwanderungen passiert sein soll. Einen Haken hat die Erklärung jedoch. Es ist unmöglich, sie zu beweisen. Zwar haben Archäologen jahrtausende alte Felsenbilder und Höhlenmalereien untersucht und festgestellt, dass der Hexenglaube und die Abwehr von Hexen eine lange Tradition haben. Aber trotzdem lässt sich nicht mit endgültiger Sicherheit sagen, was all dies ausgelöst hat. Und das ist dann die Hexe. Dieses unheimliche Wesen kann man leicht für alles, was schief läuft, verantwortlich machen. Wie viele Menschen trifft jemand im Laufe seines Lebens? Alle Fahrkartenverkäufer, Friseure, Zufallsbekanntschaften und Klassenkameraden zusammengerechnet sind es wahrscheinlich mehr als 100.000 Personen. Vor 500 Jahren sah das noch ganz anders aus. Da begegnete ein Mensch von seiner Geburt bis zu seinem Tod ungefähr 350 Individuen. Das war überschaubar. Da konnte man sich fast noch alle Gesichter und die dazugehörigen Namen merken. Überhaupt unterschied sich das Leben vor einem halben Jahrtausend doch sehr von unserem heutigen. Es gab keine Autos, keine Eisenbahnen, keine Flugzeuge. Die meisten Menschen blieben ihr ganzes Leben am selben Ort. Sie arbeiteten, aßen, schliefen. Ihre einzige Abwechslung waren meist religiös begründete Feste oder außergewöhnliche Ereignisse wie die Geburt eines Kindes. Statt im Fernsehen Superstar-Sendungen zu sehen oder stundenlang am Playstations zu hocken, erzählten sich die Leute Geschichten, die von Dorf zu Dorf weitergetragen wurden. Kleine Grusel- und Schauergeschichten, die ein bisschen Aufregung im Alltäglichen einerlei versprachen. Ziemlich beliebt waren Geschichten von nächtlichen Hexentreffen. Die Menschen erzählten sich aber nicht nur Geschichten von Hexen, sie waren auch davon überzeugt, dass viele Ereignisse durch Hexerei bewirkt wurden. Der Hexenglaube gehörte so selbstverständlich zu ihrer Welt wie das Auf- und Untergehen der Sonne. Durch die Hexen ließen sich Dinge erklären, für die man keine andere sinnvolle Ursache finden konnte. Am nächsten kommt man der Sache, wenn man sich die Magie als eine übernatürliche Energie vorstellt. Hexen und zauberkundige Personen wissen, wie sie diese besonderen Kräfte beherrschen und in ihrem Sinne einsetzen können. Magische Kräfte finden sich in ganz verschiedenen Dingen. Aber wie kommt jemand zu dieser magischen Befähigung? Magische Kräfte Wenn solche Personen ihre besonderen Fähigkeiten zum Nutzen der Menschen einsetzen, werden sie als Heilkundige angesehen und genießen einen guten Ruf. Wenn sie dies aber zum Nachteil der Menschen tun, gelten sie als Hexen oder Hexer und werden gefürchtet und gehasst. Bevor sich eine wissenschaftliche Sicht der Welt durchsetzte, war das magische Denken kein Ausnahmefall. Die Menschen waren ständig damit beschäftigt, mit Zauberamuletten, Beschwörungsformeln oder verabreichten Kräutermixturen unheil von sich und ihrer Familie fernzuhalten. Niemand sah damals eine Mutter merkwürdig an, wenn sie eine offene Schere vor das Bett ihres neugeborenen Babys legte, um böse Einflüsse und Geister abzuwehren. Denn die Geburt eines Kindes war nicht nur ein freudiges Ereignis, sondern auch ein von vielen Sorgen begleitetes, da die Kindersterblichkeit damals viel höher war als heute. Ein Kind bedurfte besonderen Schutzes. Viele Ereignisse im Leben eines Menschen, die mit einer Veränderung und dadurch auch mit Verunsicherungen verbunden waren, wurden durch magische Maßnahmen begleitet. Bei einer Geburt, einer Heirat, einer längeren Reise oder bei einer Verletzung wurden zaubermächtige Handlungen durchgeführt, um Schaden entgegenzuwirken oder zu lindern. Aber natürlich gaben die vielfältigen Maßnahmen zur Schadensabwehr auch Anlass zu Missverständnissen. Wenn jemand ein bekanntes, magisches Ritual plötzlich anders ausführte, so konnte schon einmal der Verdacht aufkommen, dass es böse gemeint war. Allein das Aussprechen von Drohungen, Verwünschungen und Flüchen war gefürchtet. Wenn jemand im Streit zu seinem Gegenüber sagte, er solle sich Hals und Bein brechen und der sich kurz darauf tatsächlich den Fuß verknackste, glaubte man, dass Hexerei im Spiel war. Das Zusammenleben in einem Dorf war nicht immer gemütlich. 350 Menschen, die man während seines ganzen Lebens traf, das war nicht viel. Was, wenn einem die Leute nicht passten oder sie einen nicht leiden konnten? Man konnte nicht einfach weggehen. Die Menschen mussten miteinander auskommen, denn es existierte kaum eine Alternative zu ihrem kleinen Leben in der dörflichen Gemeinschaft. Unter solchen Bedingungen spielten Neid, Missgunst, Eifersucht, Macht und Kontrolle eine große Rolle. Die Menschen beobachteten sich gegenseitig. Wie ist es nur möglich, dass die Tiere vom Bauer Welsch fett und gesund sind, während die von allen anderen eher mager und kränklich aussehen? Wieso ist der Rahm des Nachbarn süß und schmackhaft, während die eigene Milch ständig sauer wird? Solche Fragen wurden in Zeiten, in denen bei einigen Bauern Ernten komplett ausfielen, man gegen Tierseuchen kaum Mittel hatte und Hungersnöte keine Seltenheit waren, immer wieder gestellt. Und Erklärungen fand man in der Hexerei. Bevor sich der Bauer, dessen Milch immer verdarb, fragen musste, ob er vielleicht selbst sein Unglück verursacht hatte, weil er den Stall nicht sauber genug hielt oder die Milchkanne nicht ordentlich reinigte, war es viel bequemer, die Schuld woanders zu suchen, bei den Hexen. Das erleichterte. Endlich wusste man, woher das Unheil kam, und man konnte nun auch etwas unternehmen, etwa einen Gegenzauber. Außerdem konnte man die Person, die das Unglück gebracht hatte, anklagen und anschließend aus dem Dorf jagen oder gar verbrennen. Danach fühlte sich der Geschädigte befreit. Die Bedrohung war gebannt, man konnte wieder zur Tagesordnung übergehen, man hatte ja einen Sündenbock ausgemacht und entsprechend bestraft. Die Kinder, die die Bücher über den Zauberlehrling Harry Potter lesen, wissen ganz genau, dass er eine literarische Figur ist, die von der englischen Schriftstellerin Joan K. Rowling erfunden wurde. Trotzdem sind Millionen Menschen auf der ganzen Welt von Harry Potter begeistert. Warum? Der Grund, warum Kinder, aber auch Erwachsene, auf dem Besen herumfliegende Figuren wie Harry Potter mögen, liegt darin, dass diese mit einer besonderen Macht und Kraft ausgestattet sind, die sie selbst auch gern hätten. Harry Potter ist aber nicht nur mächtig, weil er zaubern kann. Er ist auch ein guter Mensch, und erst das macht ihn zu einem wahren Helden, einem wahren Zauberlehrling. Die Unterscheidung von Gut und Böse ist für die Zauberei und Hexerei wichtig. Denn erst durch gemeine Gefühle oder Charaktereigenschaften wie Neid, Hass, üble Nachrede, Eifersucht und Bosheit wird aus Zauberei Hexerei. In Hogwarts, jener Zauberschule, auf die Harry Potter geht, werden die guten wie auch die bösen Magier unterrichtet. Am Ende entscheidet die eigene Persönlichkeit, ob sie gute Zauberer werden oder böse Zauberer. Harry Potter kämpft jedenfalls mit Mut, Klugheit und seinen magischen Kräften gegen das Böse. Und deshalb lieben ihn Kinder genauso wie Erwachsene. Das Unglück, das Unerklärliche und der Tod Die Menschen stehen immer wieder vor dem Rätsel, warum das Böse in der Welt vorkommt. Warum gibt es Leid, Krieg, Krankheit und den Tod? Eine Antwort, die sie darauf gefunden haben, ist die Hexerei. In Gemeinschaften, in denen die Religion eine wichtige Rolle spielt, stellt sich nahezu automatisch die Frage, wieso der fürsorgliche und allmächtige Gott all diese schrecklichen Dinge geschehen lässt, wenn er sie doch eigentlich verhindern könnte. Und weil die Menschen darauf keine richtige Antwort fanden, halfen ihnen die Hexen, Dämonen und Teufel. Sie galten als die Gegenspieler des guten Gottes, als die Verursacher von Leid und Unglück. Hexen oder böse Zauberer hatten ihre Finger immer dann im Spiel, wenn plötzliche Todesfälle und unerklärliche Krankheiten auftraten oder bei Gewitter einen Blitzschlag ein Haus oder eine Scheune in Brand setzte. Vor allem die Menschen auf dem Land erlebten Unwetter sehr unmittelbar und hatten oft Angst, dass ihre Existenz bedroht sein könnte. Dabei war es nicht so, dass jedes beliebige Ärgernis mit Hexerei in Verbindung gebracht wurde. Die Menschen kannten auch natürliche Erklärungen für Krankheiten oder Unglücksfälle. Wenn der Schicksalsschlag aber außergewöhnlich hart war oder wenn sich Unglücksfälle in merkwürdiger Weise häuften, dann zogen sie leicht Hexerei in Betracht. Der Vorwurf, jemand sei eine Hexe, wurde aber nicht immer direkt geäußert. Es konnte passieren, dass die Dorfgemeinschaft, die sich nicht mehr anders zu helfen wusste, an das nächste Gericht einen Brief schrieb, in dem die verdächtigen Ereignisse dargestellt wurden. Das taten beispielsweise einige Bürger im Jahr 1588, die im heutigen Saarland lebten. Bei dieser Geschichte ging es um eine Frau, Lena Meier, die schon öfter durch zweifelhaftes Benehmen aufgefallen war. Aber hört selbst. Zunächst hieß es in dem Schreiben, sie habe einen Nachbarn, der im Baum saß und die Birnen schüttelte, zugerufen, er solle sich Hals und Bein brechen. Das sei daraufhin auch tatsächlich geschehen. Als er mit seinem kranken Bein im Bett lag, sei besagte Lena nachts vorbeigekommen und habe ihm das Bein derart umgedreht, dass es nicht mehr heilte und schließlich abgetrennt werden musste. Als diesem Mann auch noch die Pferde krank wurden, fragte er einen Heilkundigen um Rat, denn es sei nun genug Unglück geschehen. Jener Mann sagte zu ihm, er solle einen dreibeinigen Stuhl vor das Feuer stellen. Dann würde die Person, die den Pferden den Schaden angehext habe, kommen und sich darauf setzen. Tatsächlich erschien Lena Meier und nahm auf diesem Stuhl Platz. Mehrere Male wurde sie von verschiedenen Leuten als Hexkatz beschimpft, was sie ohne Widerspruch hinnahm. Damit machte sie sich in den Augen der Leute noch verdächtiger. Außerdem wurde im Ort ein Ochse krank und einer Kuh blieb die Milch weg. In beiden Fällen tauchte Lena Meier in dem Moment auf, als man die Hexerei bannen wollte. Heute weiß man, dass es vielfältige Ursachen haben kann, wenn einer Kuh plötzlich die Milch wegbleibt. Vielleicht stand die Kuh unter Stress. Vielleicht hatte sie eine Entzündung im Euter oder Fieber. Von der Existenz von Bakterien und Viren wussten die Menschen damals noch nichts. Heutzutage würde man die kranke Kuh röntgen und operieren. Und im Fall einer Infektion bekäme sie Antibiotika. Die Menschen im 16. Jahrhundert, die für solche beunruhigenden Vorkommnisse nur eine Erklärung parat hatten, nämlich Hexerei, griffen zu anderen Methoden. Eine Möglichkeit war, die Milch für die Hexe so unattraktiv zu machen, dass sie am Ende das Interesse daran verlor. Diesen Abwehrzauber beschreibt das alte Hülsweiler Zauberbuch so. Man nehme eine Sichel und halte sie in das Feuer, bis sie glüht. Dann lösche man das heiße Metall in der Milch ab. Schließlich füge man noch Ruß und Schwefel hinzu, sodass die Milch den Hexen nicht mehr schmecke. Wenn jemand vermutet, er sei verhext worden, versucht er herauszufinden, von wem die Hexerei ausgeht. Nur so ist es möglich, etwas dagegen unternehmen zu können. Überall, wo Hexenglauben auftritt, gibt es auch Mittel, sich gegen die bösen Kräfte zu wehren. Die Experten für weiße Magie tragen, wie ja schon erwähnt, unterschiedliche Namen. In Deutschland und der Schweiz bezeichnet man sie als Hexenbanner, in England als Witch Doctor, in Asien sind sie als Schamanen tätig und in Afrika als Medizinmänner. Sie alle helfen, eine Hexe ausfindig zu machen und magische Gegenmittel zu ergreifen, um die Menschen vor der Hexerei zu schützen. Das Ziel ist, das Treiben der Hexen gänzlich zu unterbinden. Die Mittel, die man gegen die Hexerei anwendete, ähnelten den Vorgehensweisen bei der Verhexung. Eine wichtige Regel in der Magie ist es nämlich, Gleiches mit Gleichem zu bekämpfen. So wurden Kranke oft mit Säckchen berührt, die mit abwehrkräftigen Kräutern gefüllt waren. Oder man beschwor Formeln, die den kranken Menschen oder das kranke Vieh gesund machen sollten und nicht krank, wie es eine Hexe getan hätte. Einige Wissenschaftler haben es sich zur Aufgabe gemacht, den Hexenglauben unvoreingenommen und ohne Vorurteile zu untersuchen. Sie nennen sich Ethnologen. So einer war Edward E. Evans Pritchard, der Sohn eines Pfarrers aus England. Dieser Forscher hat ein Buch geschrieben, das sehr berühmt geworden ist. Es heißt Hexerei, Orakel und Magie bei den Sande. Zu Beginn des letzten Jahrhunderts verbrachte er viele Jahre bei den Sande. Die Menschen, die sich zu diesem Volk zählen, leben hauptsächlich im Sudan, das liegt in der nördlichen Mitte von Afrika. In ihrem Leben und in ihrem Verständnis von Leben spielt der Glaube an Hexerei und Magie eine große Rolle. Der Feldforscher Evans Pritchard fand heraus, dass die Sande die Hexerei für völlig normal halten. Auf Schritt und Tritt begegnen sie ihr, ohne unbedingt ein großes Aufheben davon zu machen. In vielen Fällen sprechen die Sande von Hexerei, wenn wir einfach davon reden, dass man wohl Pech gehabt hat. Im Alltag passieren diese kleinen Missgeschicke ständig und der Sande sagt dann, das sei Mangu, Hexerei. Ihm kommt es aber nicht in den Sinn, sogleich zum Hexendoktor zu laufen, um die Hexe ausfindig zu machen. Das Unglück gehört zum Leben genauso wie das Glück. Und so fasst der Sande die Sache auch auf. Nur wenn es sich um ernste Angelegenheiten handelt, um Tod oder Krankheit oder riskante Aktionen, unternimmt er etwas, um sich vor der Hexerei zu schützen. Wenn ein Sande glaubt, verhext zu sein, sucht er einen Medizinmann auf und bittet ihn um Rat. Wenn der Medizinmann den Kreis der Verdächtigen eingegrenzt hat, wird ein Orakel befragt, um festzustellen, von wem genau die Hexerei ausgeht. Das beste Orakel ist nach Meinung der Sande das Gift-Orakel. Es kostet aber auch am meisten, denn es ist sehr aufwendig und bedarf verschiedener Vorbereitungen. Der Mann, der die Zeremonie durchführen soll, muss strenge Vorschriften einhalten. Er darf gewisse Fleischsorten nicht essen, er darf nicht mit seiner Frau schlafen und auch keinen Hanf rauchen. Wenn er diese Regeln mehrere Tage lang befolgt hat, gilt er als rein und es ist ihm erlaubt, das Gift-Orakel zu befragen. Für eine solche spiritistische Sitzung treffen sich mehrere Sandemänner an einer abgelegenen Stelle im Wald. Sie bringen junge Hühner in Körben mit, sowie das Orakelgift. Bevor sie mit der Zeremonie beginnen, besprechen sie, welche Fragen gestellt werden sollen und in welcher Reihenfolge. Wenn sich alle einig sind, geht es los. Der Mann, der rein ist, tritt nun an einem ausgesuchten Platz das Gras nieder und gräbt ein Loch in den Boden. In dieses legt er ein Blatt. Danach schüttet er darauf das Gift. Dazu stellt er einen Behälter mit Wasser und einige Blätter, die sich zu einem Trichter zusammenrollen lassen. Jetzt mischt er das Giftpulver mit etwas Wasser zu einem Brei, nimmt sich ein Huhn aus einem der Körbe und flößt dem Tier das Gift ein. Dabei stellt er in verschiedensten Varianten immer wieder die gleiche Frage, endet aber stets mit der Formulierung »Ist das der Fall, Giftorakel? Töte das Huhn!« oder »Ist das der Fall, Giftorakel? Schone das Huhn!« Schließlich wird das Tier auf den Boden gelegt und alle beobachten gespannt seine Bewegungen. Hühner reagieren auf das Gift äußerst unterschiedlich. Manche sterben sofort, andere erst, nachdem sie geschüttelt und wieder auf die Erde gesetzt worden sind. Auf einige hat das Gift sogar überhaupt keine Wirkung. Sobald sie wieder auf der Erde sitzen, fangen sie an zu picken und herumzulaufen und setzen ihr übliches Hühnerleben fort. Wenn das Giftorakel aber das Huhn tötet und man dabei eine bestimmte Person als Hexer identifiziert, wird dem Federvieh ein Flügel abgeschnitten. Dieser dient als Beweismittel. Ein Stellvertreter des Orakelbefragers wird mit dem Flügel zu dem Hexer oder der Hexe geschickt und legt ihm oder ihr den Flügel zu Füßen. Das bedeutet, wir haben durch das Orakel festgestellt, dass von dir Hexerei ausgeht. Wir bitten dich, deine Hexerei zurückzunehmen. Der Umgangston ist zunächst freundlich und zuvorkommend. Man erwartet von dem Hexer oder der Hexe ebenfalls ein höfliches Verhalten. So soll diese Person über den Flügel blasen, als Zeichen dafür, dass sie gewillt ist, keinen weiteren Schaden anzurichten. Ein Sande, der der Hexerei beschuldigt wird, denkt natürlich, dass ein Irrtum vorliegt. Trotzdem wird er sich kooperativ verhalten, denn er will Ärger vermeiden. Wenn das Unglück schließlich aufhört, gehen alle wieder zur Tagesordnung über. Reagiert der Beschuldigte aber unwirsch und beleidigt, wird man ihm androhen, Maßnahmen gegen ihn zu ergreifen, sollte die Hexerei nicht aufhören. Am liebsten leben wir mit netten, freundlichen Menschen und niedlichen Haustieren zusammen. Die Hexe ist aber weder nett und freundlich noch niedlich. Sie hat zwar eine menschliche Gestalt angenommen, aber nur, um die Menschen zu täuschen. Die Hexe ist eine Dämonin, eine Unholdin und Geisterbraut. Und wer will schon mit so einem Wesen unter einem Dach wohnen? Fast alles, was die Hexe treibt, ist entweder verboten, zumindest zweifelhaft, oder schlicht abstoßend. Sie hält sich einfach nicht an die Regeln eines harmonischen Miteinanders, sondern macht ihr eigenes Ding. Magische Formeln und Rezepte helfen ihr dabei. Kein Wunder, dass Hexen deshalb aus der Gemeinschaft ausgeschlossen werden und allein im Wald leben müssen. Hexenbilder. Die Hexe gehörte nicht wirklich zur Gemeinschaft der Menschen und sie befolgte auch nicht deren Regeln und Werte. Sie tanzte aus der Reihe, war das Andere, das Unnormale. Und sie verkörperte in fast jeder Hinsicht genau das Gegenteil dessen, was als schön, gut, erwünscht, lobenswert und tugendhaft galt. Doch die Vorstellungen davon, was äußerlich typisch für eine Hexe sei, haben sich im Laufe der Jahrhunderte immer wieder verändert. Der spitze Hut, der Besen, auf dem sie reitet, der gepflegte Umhang, die Warzen im Gesicht, die schwarze Katze und die Zaubersprüche, all diese Kennzeichen sind nicht auf einmal entstanden, sondern wurden von Generation zu Generation weitergetragen und oft mit neuen Elementen ausgeschmückt. Überliefert wurden sie in Volksmärchen, die man sich erzählte, aber auch in den Sonntagspredigten der Pfarrer, wenn sie über das Böse in der Welt sprachen. Später kamen Bücher hinzu. Bei all diesen Ausschmückungen ist es beinahe in Vergessenheit geraten, dass unsere Bilder von den Hexen ihren Ursprung bei den antiken Dämonen haben. Dämonen und was sie so treiben Die alten Griechen hatten eine rechtstattliche Anzahl von Göttern. Es gab zwölf Hauptgötter. Zeus, Hera, Poseidon, Athena, Apollon, Artemis, Dionysos, Demeter, Ares, Aphrodite, Hermes und Hephaistos, die auf dem Berg Olymp im Norden Griechenlands wohnten und denen bestimmte Aufgaben zugeordnet waren. Zeus, der Göttervater, wurde als Gott des Wetters verehrt. Poseidon war der Gott des Meeres und Aphrodite die Göttin der Liebe und der Schönheit. Daneben wimmelte es von Halbgöttern und Kindern von Göttern, die als Titanen, Giganten oder sonstige merkwürdige Mischwesen auftraten. Die Abenteuer und Familienswistigkeiten dieser rachsüchtigen, weisen oder liebestollen Götter und aller anderen mehr oder weniger göttlichen Wesen sind uns vor allem durch zwei sehr berühmte Autoren überliefert. In ihren Büchern sprechen sie mal von Göttern und mal von Dämonen, ohne darin einen Unterschied zu machen. Auf Griechisch hieß Gott also entweder Theos oder Daimon. Der göttliche Dämon und der dämonische Gott waren dadurch gleichgestellt. Mit der Zeit allerdings wandelte sich das Bild der Dämonen. So behauptete der griechische Gelehrte Thales von Milet um 500 vor Christus dass Dämonen Wesen seien, die zwischen den Göttern und den Menschen stehen. Die Seele der Dämonen sei der menschlichen Seele verwandt, aber doch auch anders. Die Pythagorea, eine Gruppe von antiken Philosophen, gingen in Sachen Dämonen sogar noch einen Schritt weiter. Sie führten eine Dreiteilung ein. Ihrer Lehre zufolge gab es unsterbliche, echte Dämonen, die dem höchsten Gott sehr nahe standen. Zur zweiten Kategorie gehörten die Heroen, wie sie die Seelen von verstorbenen, tugendhaften Menschen nannten, die ein Leben im Paradies, damals hieß das Elysium, erwartete. Und schließlich gingen sie von sterblichen Dämonen aus. Das waren die Seelen der lasterhaften Menschen, die nach ihrem Tod in einen anderen Körper verbannt wurden und damit eine zweite Chance erhielten, ein besseres Leben zu führen und doch noch in den Himmel zu kommen. Ähnlich wie Thales sprachen auch die Pythagorea den Dämonen den Götterstatus ab. Sie waren sozusagen die von den Göttern gesandten Postboten, die den Menschen Botschaften überbrachten und ihnen sagten, wie die Zukunft aussehen würde. Doch aufgrund der Dreiteilung konnte es gute, wohlmeinende, aber auch bösartige Dämonen geben. Und da sie als geistige Wesen in Erscheinung traten, besaßen sie die Fähigkeit, eine bestimmte Gestalt anzunehmen. Bis zur Existenz von Gespenstern und Geistern war es dann nicht mehr weit. Zu dieser Zeit, als die Menschen an alle möglichen Götter, Geister und Dämonen glaubten, entstand eine neue Bewegung, die mehr und mehr Anhänger fand. Das Christentum Die Christen verleugneten nicht einfach die Existenz all der antiken Götter, Titanen, Heroen und Dämonen. Sie machten vielmehr etwas sehr Folgenreiches mit ihnen. Sie verwandelten sie in das Böse schlechthin. Insbesondere die Dämonen betrachtete man von nun an als Wesen, die mit magischen Kräften wie auch mit menschlichen Eigenschaften ausgestattet waren. Das machte sie besonders gefährlich und zu sündigen Wesen. Die vorchristlichen Götter und Dämonen wurden dadurch zu Gegenspielern des einen wahren, guten und mächtigen Gottes erklärt. Damit nahm der christliche Teufels- und Hexenglaube seinen Anfang. Viele Verhaltensweisen und Erscheinungsformen der griechischen Dämonen tauchten bei den Hexen und beim Teufel wieder auf. Und wer ist Fluffy? Fluffy klingt nach einem niedlichen Hund. Das mit dem Hund stimmt schon, das mit dem niedlich sein weniger. Fluffy gehört Hagrid, dem Wildhüter von Hogwarts. Im ersten Band der Harry-Potter-Romane bewacht Fluffy den Stein der Weisen. Es ist praktisch unmöglich, an ihm vorbeizukommen, denn er ist ein schreckliches, dreiköpfiges Monster, das jeden auffrisst, der in seine Nähe gerät. Fluffy hat nur eine Schwäche. Sobald er Musik hört, schläft er ein. Durch diesen Trick gelingt es Harry Potter und seinen Freunden, den Wachhund zu überwinden. Dieser Fluffy hat eine überraschende Ähnlichkeit mit einem anderen Hund, der sehr viel älter ist und Kerberos heißt. Womit wir wieder bei den alten Griechen und ihren Gottheiten sind. Die Griechen glaubten an einen Gott namens Hades. Bei der Teilung der Welt erhielt Hades das Reich der Toten, das auch nach ihm benannt wurde. Dorthin kamen die verstorbenen Seelen. Die Reise in dieses Totenreich, in den Hades, wie man sagte, war gruselig. Giftige Eiben säumten den Weg und in den Wohnungen der Toten selbst herrschte dumpfes Schweigen. Immer war Winter und aus der fahlen Dämmerung stiegen schattenhafte Nebel auf. Um über die Toten und das Totenreich zu wachen, hatte der Gott Hades Hekate angestellt, eine Titanin. Hekate war mit drei Köpfen ausgestattet. Und ihr zur Seite stand ein ebenfalls dreiköpfiger Höllenhund, der den Eingang bewachte. Das war Kerberos. Jeden Verstorbenen, der das Totenreich betreten wollte, wedelte er freundlich an und ließ ihn hinein. Wer aber hinaus wollte, wurde von ihm gefressen. Der Legende nach wuchs am Eingang zum Totenreich, dort, wo der Sabber des Kerberos auf den Boden fiel, eine Blume, die sich Eisenhut nennt. Diese Pflanze wiederum spielte bei der Giftmischerei und im Hexenwesen eine wichtige Rolle. Hekate ihrerseits wurde von den Hexen verehrt. Nachts, wenn sich die Hexen auf dem Friedhof und an den Kreuzwegen trafen, riefen sie Hekate an, sie möge sich zu ihnen gesellen. Eine andere Gestalt, die als Vorbild für den späteren Hexen- und Teufelsglauben diente und die viele Dichter, Opernschreiber und Schriftsteller inspirierte, ist Dionysos. Dionysos war ein griechischer Gott, der vom Göttervater Zeus abstammte. Er galt als der Gott des Weins und der Fruchtbarkeit. Bei Dionysos ging es immer besonders lustig zu. Seine rauschhaften Partys waren berühmt und berüchtigt. Mit Jubel, Jauchzen und Gejohle zogen vor allem Frauen mit ihm durch die Gegend. Diese Schar weiblicher Fans nannte man Mänaden oder Bachantinnen, denn im antiken Rom hieß der Gott des Weines und der Fruchtbarkeit Bacchus. Die nächtlichen Bacchus-Feste, die einige Leute damals feierten, wurden irgendwann so wild, dass der römische Senat 186 v. Chr. ein Gesetz gegen das Treiben der Bacchus-Verehrer erließ. 7000 Menschen erhielten nach dieser Vorschrift eine Strafe. Im Gefolge von Dionysos, jenem Bacchus, sollen sich nach der antiken Mythologie auch Waldgeister befunden haben, auch Satyren genannt. Ein Satyr ist ein Mischwesen, halb Mensch, halb Tier. Er hat einen Pferdeschweif und Boxbeine und Hörner auf dem Kopf und erheiterte Dionysos bei den Festen mit seinen Derbenspäßen. Der Hexensabbat, so wie ihn sich christliche Denker über tausend Jahre später vorstellten, weist viele Elemente dieser Bacchus-Feste auf. Und in den griechisch-römischen Satyren kann man schon den späteren Teufel erahnen, der auf dem Hexensabbat gern in Gestalt eines Ziegenbocks erscheint. Es gibt also unendlich viele Vernetzungen zwischen den ganz Alten, dem Mittelalterlichen und den modernen Geschichten über Dämonen und Hexen. Das hat damit zu tun, dass zu allen Zeiten Erzähler, Gelehrte und Schriftsteller viel gelesen, voneinander abgeschrieben und Geschichten um- und weitergedichtet haben. In dem Märchen Hänsel und Gretel hat die Hexe ein Kopftuch umgebunden, so wie es bei den Frauen auf dem Land früher üblich war. Heutzutage aber tragen Hexen fast immer einen spitzen Hut. Das haben sie mit den Zauberern gemeinsam. Wer sich beim Karneval oder Fasching also als Hexe verkleidet, kommt bestimmt mit einem spitzen Hut auf dem Kopf. Um das Rätsel des Hexenhuts zu lösen, müssen wir fragen, wer in früheren Zeiten überhaupt Spitzehüte trug. Zwei Personenkreise kommen da in Frage. Die Ketzer, so wurden Leute genannt, die von der üblichen Glaubenspraxis der Christen abwichen, und die Juden. Sie taten das nicht freiwillig, sondern wurden dazu gezwungen. Im Mittelalter genossen die Juden zwar zeitweise den Schutz von Grafen und Königen, aber größtenteils wurden sie von der Teilhabe an der Gesellschaft ausgeschlossen. Durch verschiedene Extragesetze und Verbote gab man ihnen deutlich zu verstehen, Menschen zweiter Klasse zu sein. Sie durften bestimmte Berufe nicht ausüben und nicht überall wohnen, und es war Christen untersagt, als Dienstboten bei Juden zu arbeiten. Besonders schlimm erging es den Juden in Süddeutschland in den Jahren 1348-49. Damals brach in weiten Teilen dieser Region eine Pestepidemie aus, und man klagte sie an, die Brunnen vergiftet zu haben. Viele Juden mussten auf dem Scheiterhaufen sterben oder am Galgen. Die wenigen, die die Verfolgung überlebten, flohen in Gegenden, in denen sie Schutz genossen, für denen sie allerdings häufig viel Geld bezahlen mussten. Auch wenn sie für einige Zeit in Sicherheit waren, behielten sie doch eine Sonderrolle. So wurden sie gegenüber der christlichen Bevölkerung weiterhin benachteiligt und von dieser isoliert. Im Jahr 1422 erließ man etwa in Brandenburg, Bamberg und Würzburg eine Verordnung, die männliche Juden zwang, eine besondere Tracht anzuziehen. Dazu gehörte auch die Vorschrift, einen spitzen Hut aufzusetzen und einen gelben Fleck auf der Kleidung anzubringen. Die jüdischen Frauen mussten einen blauen Schleier tragen. Die andere Geschichte, in deren Zusammenhang der spitze Hut auftaucht, ist nicht viel erfreulicher. Die mittelalterliche Kirche wehrte sich nach Kräften gegen Ketzer, denn diese verbreiteten zwar den Glauben an Gott, meinten aber, dass der Glaube ohne Kirche und christliche Gelehrte besser und reiner sei. Der Kirche gefielen solche Gedanken natürlich nicht, weil diese ihre selbstverständliche Daseinsberechtigung anzweifelten. Sie verurteilte derartige Lehren als Irrglaube und verfolgte die Ketzer. Wenn es ihr gelang, einen von ihnen zu erwischen, stellte die kirchliche Obrigkeit ihn an den Pranger und setzte ihm als Zeichen seines schändlichen Tuns einen spitzen Hut auf. Wer einen solchen trug, war als querulant gekennzeichnet. Es fällt nicht schwer, die Übereinstimmungen zwischen Juden, Ketzern und Hexen zu erkennen. Alle drei Gruppen wurden benachteiligt, vom Leben der Mehrheit ausgeschlossen und für alle möglichen Übel in der Welt verantwortlich gemacht. Und der spitze Hut wurde zu einem Symbol von Menschen, die sich erdreistet haben, der allgemein anerkannten göttlichen Ordnung zu widersprechen. Wann und warum gerade der spitze Hut zu einem Erkennungsmerkmal der Hexen und Zauberer geworden ist, ist nicht bekannt. Es ist aber davon auszugehen, dass dies erst geschah, als die Menschen nicht mehr wirklich an magische Wesen glaubten und die Zeit der Hexenjagden vorbei war. Der Hut ist jedenfalls heute ein modisches Accessoire und erinnert nur noch entfernt daran, dass es einmal sehr gefährlich war, als Hexe angesehen zu werden. Warum wohnt die Hexe mit einer schwarzen Katze zusammen? Das bekannteste Hexentier ist die Katze. Und natürlich ist sie schwarz. So schwarz wie die schwarze Magie, die die Hexe in der Finsternis betrieb. Viele Eigenschaften, die der Katze zugeschrieben wurden, teilte sie mit der Hexe. Einzelgängerin, geht in der Nacht auf die Jagd, schleicht auf Dächern und den Häusern herum. Zudem hat sie einen durchdringenden Blick und ist eigenwillig und unergründlich. Die Katze wurde aber nicht nur für eine Begleiterin der Hexe gehalten, sondern auch für die Hexe selbst. Es gibt dazu eine alte Sage. Im Winter 1839 fand der Melker auf dem Gut Augustenburg mehrere Morgen nacheinander alle Kühe gemolken. Er zeigte es seinem Herrn an, von dem er ein dreischneidiges Schwert mit der Weisung erhielt, dasselbe in die linke Hand zu nehmen und so nachts im Stall aufzupassen. Nachdem er in diesem alle Öffnungen bis auf eine geschlossen hatte, legte er sich, wie ihm befohlen, auf die Lauer. Weder in der ersten noch in der zweiten Nacht sah oder hörte er etwas. In der dritten aber vernahm er deutlich, dass die Kühe gemolken wurden. Sogleich stellte er sich an die unverstopfte Öffnung und als später eine schwarze Katze hinausschlüpfte, hieb er ihr mit dem Schwert eine Pfote ab. Statt dieser lag am Morgen eine Frauenhand da, welche man unter Anzeige der Sache dem Bürgermeister von Grötzingen überlieferte. Derselbe beschied nun sämtliche Frauen des Ortes auf das Rathaus, die auch außer einer sich einfanden und für unverletzt befunden wurden. Darauf begab sich das Gericht zu der Nichterschienenen und zwang sie, ihre Arme zu zeigen, worauf sich herausstellte, dass an einem Arm tatsächlich die Hand fehlte. Die Frau war nun der Hexerei überführt und obgleich sie dafür nicht bestraft wurde, hütete sie sich doch, sie wieder auf der Augustenburg auszuüben. Der Glaube, dass Hexen sich nachts in Tiere verwandelten, war im Volksglauben weit verbreitet. In Gestalt der Katze hatte die Hexe es vornehmlich auf die Milch und die Kinder abgesehen. Wurde sie bei ihren Raubzügen in einen Kamm verwickelt, zeigten sich, nachdem sie in ihre Menschengestalt zurückverwandelt war, die gleichen Verletzungen wie die, die der Katze zugefügt worden waren. Eine Vielzahl von volkstümlichen Sagen folgen diesem Schema. Der Glaube, dass sich die Hexe in ein Tier verwandeln kann, geht auf die antiken Dämonen zurück, denen die gleiche Fähigkeit zugeschrieben wurde. Obwohl die Hexe bevorzugt als Katze auftrat, konnte sie sich auch in Kröten, Hasen, Schweine oder Pferde verwandeln. Als Maus oder Ratte, so glaubten die Menschen, fraß sie die Früchte auf dem Feld und schädigte die Ernte. Einzige Ausnahmen, vor Tieren, die als heilig galten, wie etwa die Taube oder das Lamm, machten ihre Umwandlungskünste Halt. Da die Katze für die Hexe und die Hexe für die Katze gehalten wurde, verbrannte man sie oft gemeinsam auf dem Scheiterhaufen. Nur so, glaubte man, würde man die Hexe ein für allemal vernichten. Odin, Munin und Hugin Wer kennt ihn nicht, den altklugen Raben Abraxas, der die von dem Kinderbuchautor Odfried Preußler erfundene kleine Hexe auslacht, weil es beim Zaubern nicht so richtig klappen will. Statt eines ordentlichen Regens fallen Buttermilch und Tannenzapfen vom Himmel. Abraxas ist ein ziemlich strenger Rabe, der kein Blatt vor den Mund nimmt, wenn er mit dem, was die kleine Hexe treibt, nicht einverstanden ist. Er lobt sie aber auch, wenn sie fleißig ist, das Zauberbuch studiert und Gutes tut. Der Rabe Abraxas ist der Ratgeber und Freund der kleinen Hexe und oft weiß er mehr als sie selbst. Als Begleiter der Hexe ist der Rabe nicht ganz so berühmt wie die Katze. Deshalb gibt es auch viel weniger Sagen, in denen ein Rabe vorkommt. In den Geschichten, die uns überliefert sind, taucht der Rabe meist nach dem Tod der Hexe auf. Die Angehörigen hatten in diesen Fällen darum gebeten, dass sie ihnen nach ihrem letzten Atemzug als Taube oder als Rabe erscheinen möge. So hatten sie die Gewissheit, ob sie im Himmel oder in der Hölle gelandet war. Erschien ein Rabe, war dies der letzte Beweis, dass die Verstorbene tatsächlich eine Hexe gewesen war. In vielen Geschichten krächzt die Hexe in ihm, Gott einmal verschworen, derselbe ewig verloren. Der Rabe als Hexentier hat einen anderen historischen Hintergrund als die Katze. Als Begleiter der Hexe geht der Krähenvogel wahrscheinlich auf die beiden Raben des Odin zurück. Odin war der Hauptgott der Kelten und Germanen. Die Germanen nannten ihn allerdings Wotan. Odin war ein überaus mächtiger, wilder und weiser Gott. Mit seinem achtbeinigen Pferd Sleipnir galoppierte er durch die Welt und über die Meere. Dabei wurde er von seinen beiden Raben Munin und Hugin, also Erinnerung und Gedanke, begleitet. Das große Wissen und die Weisheit Odins werden vor allem mit den beiden Raben in Verbindung gebracht, denn sie berichten ihm, was sich in der Welt zuträgt. In den verschiedenen bildlichen Darstellungen von Odin ist er stets mit seinen beiden Raben zu sehen. Ein anderer Vogel, der sich gern zur Hexe gesellte, war die Eule. So wie die Katze ist auch die Eule ein Tier, das erst nachts munter wird und auf die Jagd geht. Für einen Vogel sehr ungewöhnlich. Denn bis auf die Nachtigall, die noch um Mitternacht ihren Gesang anstimmt, verstummen die Vögel in der Dunkelheit. Erst in der Morgendämmerung beginnen sie zu singen. Die Eule wurde wie die Katze für eine verwandelte Hexe gehalten. Und noch heute spricht man in Italien von Strega, Hexe. Auch in weiten Teilen Afrikas ist die Vorstellung verbreitet, dass die Eule eine Hexe sei und umgekehrt. Vielleicht liegt es daran, der nächtliche Schrei der Eule ist den Menschen unheimlich. Vielfach verglich man die Eulengestalt der Hexe mit einem Vampir, der Menschen aussaugt. Schon der antike römische Dichter Ovid nahm das an. Danach flogen die alten, boshaften und zauberkundigen Weiber in Gestalt von Eulen an die Schlafstätten von kleinen Kindern, um ihnen das Blut auszusaugen. Mit der gestohlenen Lebensenergie, so der Glaube, erneuerten die Hexen ihre Kräfte. Die Eule als blutsaugendes Hexentier ist in neueren Zeiten etwas in den Hintergrund getreten. Stattdessen wurde ihre Klugheit hervorgehoben. In dieser Tradition symbolisiert sie für die Hexe das besondere Wissen, das natürlich ein geheimnisvolles Wissen ist. Hokus-Pokus-Fidibus, dreimal schwarzer Kater, Simsalabim, Abra-Kadabra. Das sind wahrscheinlich die bekanntesten Zaubersprüche. Sie klingen gut, aber auch ein bisschen wie ein Wortsalat. Woher kommen sie eigentlich? Die ältesten Zaubersprüche, die uns überliefert sind, hören sich überhaupt nicht nach Hokus-Pokus an, sondern erwecken einen sehr ernsthaften Eindruck. Das Zaubern war damals ein Ritual, bei dem es darauf ankam, dass alles stimmte. Nur wenn der Zauber korrekt ausgeführt wurde, konnte er auch wirken. Deshalb mussten nicht nur die richtigen Worte gesprochen werden, auch die Sterne und der Mond sollten in einer ganz bestimmten Position stehen. Erst wenn die Kräfte der Sterne und der Worte zusammenwirkten, funktionierte der Zauber. Das jedenfalls glaubten die Leute. Die ältesten germanischen Zaubersprüche, die uns überliefert sind, heißen Merseburger Zaubersprüche. Es sind zwei und sie wurden deshalb so benannt, weil sie im Jahr 1841 in Merseburg in einer Handschrift aus dem 9.10. Jahrhundert gefunden wurden. Die Handschrift ist eigentlich eine Sammlung christlicher Lieder, und kein Zauberbuch. Es waren aber noch zwei Seiten frei und auf diesen schrieb ein unbekannter Gelehrter aus unbekannten Gründen die beiden Zaubersprüche. So lautet der zweite Merseburger Zauberspruch Fohl und Wodan ritten in den Wald. Da verrenkte sich Balders Fohlen einen Fuß. Da besprach ihn Sindgund und Sunna, ihre Schwester. Da besprach ihn Frija und Volla, ihre Schwester. Da besprach ihn Wodan, so gut wie nur er es konnte. Wie die Verrenkung des Knochens, so die des Blutes, so die des ganzen Gliedes. Knochen an Knochen, Blut zu Blut, Glied an Glied, als ob sie zusammengeleimt wären. Habt ihr Wodan wiedererkannt, der hier mit seinen Gefährten durch den Wald reitet? Bei dem wilden Ritt hat sich ein Fohl in den Fuß verletzt. Sindgund, Sunna, Frija und Volla versuchen mit einem Heilzauber das Bein zu heilen. Das gelingt ihnen aber nicht. Erst als Wodan, der mächtige Zauberer, den richtigen Spruch aufsagt, tritt die Heilung ein. Die Merseburger Zaubersprüche sind Zaubersprüche, die in guter Absicht gesprochen wurden und gehören damit zur weißen Magie. Den christlichen Priestern und Pfarrern waren diese heidnischen Bann- und Abwehrzaubersprüche dennoch ein Dorn im Auge und sie versuchten immer wieder, sie den Menschen zu verbieten. Da die Menschen aber in ständiger Furcht vor Verzauberung und Verhexung lebten und Abwehrzauber so alltäglich waren wie heutzutage das Frühstück, gaben die Kirchenoberen schließlich auf und wendeten eine andere Taktik an. Sie tauschten einfach die Namen aus. An die Stelle von Wodan trat Jesus Christus und allen war geholfen. Aus heidnischen Zaubersprüchen wurden im Handumdrehen christliche Segenssprüche. Woher stammen nun aber Zaubersprüche wie Abra Kadabra und Simsalabim? Ihre Wurzeln liegen wahrscheinlich im alten Ägypten. Die Ägypter waren schon seit frühesten Zeiten als Magier, Wissenschaftler und Astrologen berühmt. Als gläubige Muslime pflegten sie vor einer wichtigen Tätigkeit die Worte Bismillah al-Haman al-Khaim zu sprechen. Das bedeutet im Namen Gottes des Allbarmherzigen. Da die Europäer von den Wissenschaften und Künsten der Araber sehr beeindruckt waren, wurde dieser Spruch als Simsalabim im Sinne von Und es geschah übernommen. Auch der Zauberspruch Abra Kadabra hat wahrscheinlich arabische Wurzeln. Er könnte von einem alten Wetterzauber abstammen, bei dem man Abrek Adhabra sagte. Damit wurde der Donner, der tötet, beschworen. Eine andere Erklärung geht auf die aramäische Formulierung Avra Kadabra zurück. Ich werde erschaffen, während ich spreche. Über den Ursprung von Hokus Pokus wurde viel spekuliert. Trotzdem weiß man nicht genau, woher dieser Zauberspruch stammt. Eine weit verbreitete Theorie besagt, dass er eine Parodie auf die Heilige Messe ist, die im 18. Jahrhundert von den Priestern in lateinischer Sprache abgehalten wurde. Die einfachen Leute vom Land verstanden natürlich kein Latein. Deshalb verhörten sie sich regelmäßig an einer sehr entscheidenden Stelle des Gottesdienstes. Wenn der Priester das Brot oder die Hostie in die Hand nahm, um es in den Leib Christi zu verwandeln, pflegte er zu sagen, Hoc est enim corpus meum. Dies ist mein Leib. Die Menschen hörten Hokus Pokus. Und weil die Verwandlung von Brot in den Leib Christi etwas Magisches hat, wurde der Spruch zu einem Zauberspruch, der bald auch zu anderen Gelegenheiten verwendet wurde. Warum gibt es Unglück? Warum das Böse in der Welt? Bevor Wissenschaften wie Medizin und Meteorologie uns Erklärungen für die Entstehung von Krankheiten und die Launen des Wetters lieferten, suchten die Menschen anderswo nach den Ursachen für solche Schicksalsschläge. Wenn sich Unglücksfälle häuften oder aus heiterem Himmel über die Leute hereinbrachen, dann musste Hexerei im Spiel sein. Bis heute gehört der Hexenglaube in vielen Gegenden zum Alltag. Aber wie erkennt man eine Hexe? Überall auf der Welt glauben Menschen, dass es Hexen gibt. Und überall auf der Welt ähnelt sich dieser Glaube. Das hat die Hexenforscher stutzig gemacht. Wie kann das sein, wo es doch sonst gewaltige Unterschiede in sämtlichen Bereichen des Lebens gibt, beim Essen, in der Kleidung, der Kindererziehung, bei der Aufgabenverteilung zwischen Männern und Frauen, bei dem, an welchen Gott geglaubt wird. Aber bei den Hexen herrscht weltweit eine große Übereinstimmung. Auch wenn sie unterschiedliche Namen haben und sich äußerlich sehr voneinander unterscheiden, so gibt es doch verblüffende Gemeinsamkeiten. Zunächst einmal ist eine Hexe böse. Sie verursacht Böses mit magischen Mitteln. Sie bringt Unheil über die Menschen, indem sie diese krank werden lässt oder ihnen sogar den Tod schickt. Sie kann jemanden so verhexen, dass er ein Unglück nach dem anderen erfährt. Die Hexe kann aber auch Wetter machen oder Heuschrecken rufen, die die Ernte auffressen und den Menschen dadurch Hunger und Not bringen. Überall auf der Welt sagt man den Hexen nach, dass sie Kinder rauben und gierig auf Kinderfleisch und Kinderseelen sind. Außerdem besitzen sie die Fähigkeit, sich in Eulen, Katzen oder Schlangen zu verwandeln. Haben sie eine Tiergestalt angenommen, nähern sie sich meist in der Nacht ihren Opfern und stehlen ihnen das Leben. Fast jeder weiß, dass Hexen fliegen können und so ihr Unwesen an entfernten Orten treiben können. Um der Hexerei beizukommen, braucht man Gegenmittel. Auch diese ähneln sich auf der ganzen Welt. Wichtig aber sind zuvor die Experten, die die Fähigkeit besitzen, Hexen grundsätzlich zu erkennen. Zunächst stellen sie fest, von wem die Hexerei ausgeht. Erst dann, wenn die Person oder das Wesen identifiziert ist, ergreifen sie bestimmte Maßnahmen, um den Zauber zu bannen. Sie veranstalten geheimnisvolle Zeremonien, bereiten eine Medizin zu, sagen einen Spruch auf oder hantieren mit einem Amulett. Je nachdem, wo sie leben, nennt man sie Medizinmänner, Schamanen oder Hexendoktoren. Sie alle setzen sich mit ihren Möglichkeiten für das Gute ein, wollen nichts anderes, als die bösen Kräfte zu bekämpfen. Zu allen Zeiten wurden und werden Hexen nicht nur verdächtigt und gejagt, sondern auch getötet. Und auch dabei zeigt sich eine weitere Gemeinsamkeit. Um eine Hexe aus der Welt zu schaffen, ist das Feuer das favorisierte Mittel. Die großen Ähnlichkeiten im Hexenglauben haben bei einigen Forschern zu der Vermutung geführt, dass dieser einen gemeinsamen Ursprung hat, wobei seine Verbreitung durch Völkerwanderungen passiert sein soll. Einen Haken hat die Erklärung jedoch. Es ist unmöglich, sie zu beweisen. Zwar haben Archäologen jahrtausende alte Felsenbilder und Höhlenmalereien untersucht und festgestellt, dass der Hexenglaube und die Abwehr von Hexen eine lange Tradition haben. Aber trotzdem lässt sich nicht mit endgültiger Sicherheit sagen, was all dies ausgelöst hat. Andere Wissenschaftler wiederum sind davon überzeugt, dass der Hexenglaube in jeder Gesellschaft eigenständig entstanden ist. Weil jede Gemeinschaft auf ein gewisses Maß an Harmonie und sozialen Frieden angewiesen ist, Menschen aber gern anderen die fettere Kuh, die schönere Frau oder das größere Haus neiden, suchen sie einen Schuldigen für das eigene Unglück. Und das ist dann die Hexe. Dieses unheimliche Wesen kann man leicht für alles, was schief läuft, verantwortlich machen. Wie viele Menschen trifft jemand im Laufe seines Lebens? Alle Fahrkartenverkäufer, Friseure, Zufallsbekanntschaften und Klassenkameraden zusammengerechnet sind es wahrscheinlich mehr als 100.000 Personen. Vor 500 Jahren sah das noch ganz anders aus. Da begegnete ein Mensch von seiner Geburt bis zu seinem Tod ungefähr 350 Individuen. Das war überschaubar. Da konnte man sich fast noch alle Gesichter und die dazugehörigen Namen merken. Überhaupt unterschied sich das Leben vor einem halben Jahrtausend doch sehr von unserem heutigen. Es gab keine Autos, keine Eisenbahnen, keine Flugzeuge. Die meisten Menschen blieben ihr ganzes Leben am selben Ort. Sie arbeiteten, aßen, schliefen. Ihre einzige Abwechslung waren meist religiös begründete Feste oder außergewöhnliche Ereignisse wie die Geburt eines Kindes. Statt im Fernsehen Superstar-Sendungen zu sehen oder stundenlang am Playstations zu hocken, erzählten sich die Leute Geschichten, die von Dorf zu Dorf weitergetragen wurden. Kleine Grusel- und Schauergeschichten, die ein bisschen Aufregung im Alltäglichen einerlei versprachen. Ziemlich beliebt waren Geschichten von nächtlichen Hexentreffen. Die Menschen erzählten sich aber nicht nur Geschichten von Hexen, sie waren auch davon überzeugt, dass viele Ereignisse durch Hexerei bewirkt wurden. Der Hexenglaube gehörte so selbstverständlich zu ihrer Welt wie das Auf- und Untergehen der Sonne. Durch die Hexen ließen sich auf die Harry Potter geht, werden die Guten wie auch die Bösen Magier unterrichtet. Am Ende entscheidet die eigene Persönlichkeit, ob sie gute Zauberer werden oder böse Zauberer. Harry Potter kämpft jedenfalls mit Mut, Klugheit und seinen magischen Kräften gegen das Böse. Und deshalb lieben ihn Kinder genauso wie Erwachsene. Das Unglück, das Unerklärliche und der Tod Die Menschen stehen immer wieder vor dem Rätsel, warum das Böse in der Welt vorkommt. Warum gibt es Leid, Krieg, Krankheit und den Tod? Eine Antwort, die sie darauf gefunden haben, ist die Hexerei. In Gemeinschaften, in denen die Religion eine wichtige Rolle spielt, stellt sich nahezu automatisch die Frage, wieso der fürsorgliche und allmächtige Gott all diese schrecklichen Dinge geschehen lässt, wenn er sie doch eigentlich verhindern könnte. Und weil die Menschen darauf keine richtige Antwort fanden, halfen ihnen die Hexen, Dämonen und Teufel. Sie galten als die Gegenspieler des guten Gottes, als die Verursacher von Leid und Unglück. Hexen oder böse Zauberer hatten ihre Finger immer dann im Spiel, wenn plötzliche Todesfälle und unerklärliche Krankheiten auftraten oder bei Gewitter ein Blitzschlag, ein Haus oder eine Scheune in Brand setzte. Vor allem die Menschen auf dem Land erlebten Unwetter sehr unmittelbar und hatten oft Angst, dass ihre Existenz bedroht sein könnte. Dabei war es nicht so, dass jedes beliebige Ärgernis mit Hexerei in Verbindung gebracht wurde. Die Menschen kannten auch natürliche Erklärungen für Krankheiten oder Unglücksfälle. Wenn der Schicksalsschlag aber außergewöhnlich hart war oder wenn sich Unglücksfälle in merkwürdiger Weise häuften, dann zogen sie leicht Hexerei in Betracht. Der Vorwurf, jemand sei eine Hexe, wurde aber nicht immer direkt geäußert. Es konnte passieren, dass die Dorfgemeinschaft, die sich nicht mehr anders zu helfen wusste, an das nächste Gericht einen Brief schrieb, in dem die verdächtigen Ereignisse dargestellt wurden. Das taten beispielsweise einige Bürger im Jahr 1588, die im heutigen Saarland lebten. Bei dieser Geschichte ging es um eine Frau, Lena Meier, die schon öfter durch zweifelhaftes Benehmen aufgefallen war. Aber hört selbst. Zunächst hieß es in dem Schreiben, sie habe einen Nachbarn, der im Baum saß und die Birnen schüttelte, zugerufen, er solle sich Hals und Bein brechen. Das sei daraufhin auch tatsächlich geschehen. Als er mit seinem kranken Bein im Bett lag, sei besagte Lena nachts vorbeigekommen und habe ihm das Bein in der Art umgedreht, dass es nicht mehr heilte und schließlich abgetrennt werden musste. Als diesem Mann auch noch die Pferde krank wurden, fragte er einen Heilkundigen um Rat, denn es sei nun genug Unglück geschehen. Jener Mann sagte zu ihm, er solle einen dreibeinigen Stuhl vor das Feuer stellen. Dann würde die Person, die den Pferden den Schaden angehext habe, kommen und sich darauf setzen. Tatsächlich erschien Lena Meier und nahm auf diesem Stuhl Platz. Mehrere Male wurde sie von verschiedenen Leuten als Hexkatz beschimpft, was sie ohne Widerspruch hinnahm. Damit machte sie sich in den Augen der Leute noch verdächtiger. Außerdem wurde im Ort ein Ochse krank und einer Kuh blieb die Milch weg. In beiden Fällen tauchte Lena Meier in dem Moment auf, als man die Hexerei bannen wollte. Heute weiß man, dass es vielfältige Ursachen haben kann, wenn einer Kuh plötzlich die Milch wegbleibt. Vielleicht stand die Kuh unter Stress. Vielleicht hatte sie eine Entzündung im Euter oder Fieber. Von der Existenz von Bakterien und Viren wussten die Menschen damals noch nichts. Heutzutage würde man die kranke Kuh röntgen und operieren. Und im Fall einer Infektion bekäme sie Antibiotika. Die Menschen im 16. Jahrhundert, die für solche beunruhigenden Vorkommnisse nur eine Erklärung parat hatten, nämlich Hexerei, griffen zu anderen Methoden. Eine Möglichkeit war, die Milch für die Hexe so unattraktiv zu machen, dass sie am Ende das Interesse daran verlor. Diesen Abwehrzauber beschreibt das alte Hülsweiler Zauberbuch so. Man nehme eine Sichel und halte sie in das Feuer, bis sie glüht. Dann lösche man das heiße Metall in der Milch ab. Schließlich füge man noch Ruß und Schwefel hinzu, sodass die Milch den Hexen nicht mehr schmecke. Wenn jemand vermutet, er sei verhext worden, versucht er herauszufinden, von wem die Hexerei ausgeht. Nur so ist es möglich, etwas dagegen unternehmen zu können. Überall, wo Hexenglauben auftritt, gibt es auch Mittel, sich gegen die bösen Kräfte zu wehren. Die Experten für weiße Magie tragen, wie ja schon erwähnt, unterschiedliche Namen. In Deutschland und der Schweiz bezeichnet man sie als Hexenbanner, in England als Witch Doctor. In Asien sind sie als Schamanen tätig und in Afrika als Medizinmänner. Sie alle helfen, eine Hexe ausfindig zu machen und magische Gegenmittel zu ergreifen, um die Menschen vor der Hexerei zu schützen. Das Ziel ist, das Treiben der Hexen gänzlich zu unterbinden. Die Mittel, die man gegen die Hexerei anwendete, ähnelten den Vorgehensweisen bei der Verhexung. Eine wichtige Regel in der Magie ist es nämlich, Gleiches mit Gleichem zu bekämpfen. Dinge erklären, für die man keine andere sinnvolle Ursache finden konnte. Am nächsten kommt man der Sache, wenn man sich die Magie als eine übernatürliche Energie vorstellt. Hexen und zauberkundige Personen wissen, wie sie diese besonderen Kräfte beherrschen und in ihrem Sinne einsetzen können. Magische Kräfte finden sich in ganz verschiedenen Dingen. Das können Steine oder Schriftstücke, Tiere, Pflanzen, Worte oder Substanzen sein. Aber wie kommt jemand zu dieser magischen Befähigung? Es gibt Kulturen, die davon ausgehen, dass dieses Talent vererbt wird. In anderen muss man eine Leerzeit durchlaufen, in der man in das geheime Wissen eingeweiht wird. Oder die Gesellschaft entdeckt in einer Person besondere Fähigkeiten. Es kann aber auch sein, dass sich eine Person einfach zum magischen Berufen fühlt und genug Überzeugungskraft besitzt, um andere zu einer ähnlichen Einsicht zu bewegen. Auf diese Weise kann sie auch den Status eines Zauber- und Magiekundigen erlangen. Wenn solche Personen ihre besonderen Fähigkeiten zum Nutzen der Menschen einsetzen, werden sie als Heilkundige angesehen und genießen einen guten Ruf. Wenn sie dies aber zum Nachteil der Menschen tun, gelten sie als Hexen oder Hexer und werden gefürchtet und gehasst. Bevor sich eine wissenschaftliche Sicht der Welt durchsetzte, war das magische Denken kein Ausnahmefall. Die Menschen waren ständig damit beschäftigt, mit Zauberamuletten, Beschwörungsformeln oder verabreichten Kräutermixturen unheil von sich und ihrer Familie fernzuhalten. Niemand sah damals eine Mutter merkwürdig an, wenn sie eine offene Schere vor das Bett ihres neugeborenen Babys legte, um böse Einflüsse und Geister abzuwehren. Denn die Geburt eines Kindes war nicht nur ein freudiges Ereignis, sondern auch ein von vielen Sorgen begleitetes, da die Kindersterblichkeit damals viel höher war als heute. Ein Kind bedurfte besonderen Schutzes. Viele Ereignisse im Leben eines Menschen, die mit einer Veränderung und dadurch auch mit Verunsicherungen verbunden waren, wurden durch magische Maßnahmen begleitet. Bei einer Geburt, einer Heirat, einer längeren Reise oder bei einer Verletzung wurden zaubermächtige Handlungen durchgeführt, um Schaden entgegenzuwirken oder zu lindern. Aber natürlich gaben die vielfältigen Maßnahmen zur Schadensabwehr auch Anlass zu Missverständnissen. Wenn jemand ein bekanntes, magisches Ritual plötzlich anders ausführte, so konnte schon einmal der Verdacht aufkommen, dass es böse gemeint war. Allein das Aussprechen von Drohungen, Verwünschungen und Flüchen war gefürchtet. Wenn jemand im Streit zu seinem Gegenüber sagte, er solle sich Hals und Bein brechen und der sich kurz darauf tatsächlich den Fuß verknackste, glaubte man, dass Hexerei im Spiel war. Das Zusammenleben in einem Dorf war nicht immer gemütlich. 350 Menschen, die man während seines ganzen Lebens traf, das war nicht viel. Was, wenn einem die Leute nicht passten oder sie einen nicht leiden konnten? Man konnte nicht einfach weggehen. Die Menschen mussten miteinander auskommen, denn es existierte kaum eine Alternative zu ihrem kleinen Leben in der dörflichen Gemeinschaft. Unter solchen Bedingungen spielten Neid, Missgunst, Eifersucht, Macht und Kontrolle eine große Rolle. Die Menschen beobachteten sich gegenseitig. Wie ist es nur möglich, dass die Tiere vom Bauer Welsch fett und gesund sind, während die von allen anderen eher mager und kränklich aussehen? Wieso ist der Rahmen des Nachbarn süß und schmackhaft, während die eigene Milch ständig sauer wird? Solche Fragen wurden in Zeiten, in denen bei einigen Bauern Ernten komplett ausfielen, man gegen Tierseuchen kaum Mittel hatte und Hungersnöte keine Seltenheit waren, immer wieder gestellt. Und Erklärungen fand man in der Hexerei. Bevor sich der Bauer, dessen Milch immer verdarb, fragen musste, ob er vielleicht selbst sein Unglück verursacht hatte, weil er den Stall nicht sauber genug hielt oder die Milchkanne nicht ordentlich reinigte, war es viel bequemer, die Schuld woanders zu suchen, bei den Hexen. Das erleichterte. Endlich wusste man, woher das Unheil kam und man konnte nun auch etwas unternehmen, etwa einen Gegenzauber. Außerdem konnte man die Person, die das Unglück gebracht hatte, anklagen und anschließend aus dem Dorf jagen oder gar verbrennen. Danach fühlte sich der Geschädigte befreit. Die Bedrohung war gebannt, man konnte wieder zur Tagesordnung übergehen, man hatte ja einen Sündenbock ausgemacht und entsprechend bestraft. Die Kinder, die die Bücher über den Zauberlehrling Harry Potter lesen, wissen ganz genau, dass er eine literarische Figur ist, die von der englischen Schriftstellerin Joan K. Rowling erfunden wurde. Trotzdem sind Millionen Menschen auf der ganzen Welt von Harry Potter begeistert. Warum? Der Grund, warum Kinder, aber auch Erwachsene, auf dem Besen herumfliegende Figuren wie Harry Potter Mögen liegt darin, dass diese mit einer besonderen Macht und Kraft ausgestattet sind, die sie selbst auch gern hätten. Harry Potter ist aber nicht nur mächtig, weil er zaubern kann. Er ist auch ein guter Mensch und erst das macht ihn zu einem wahren Helden, einem wahren Zauberlehrling. Die Unterscheidung von Gut und Böse ist für die Zauberei und Hexerei wichtig. Denn erst durch gemeine Gefühle oder Charaktereigenschaften wie Neid, Hass, üble Nachrede, Eifersucht und Bosheit wird aus Zauberei Hexerei. In Hogwarts, jener Zauberschule, und Rezepte helfen ihr dabei. Kein Wunder, dass Hexen deshalb aus der Gemeinschaft ausgeschlossen werden und allein im Wald leben müssen. Hexenbilder Die Hexe gehörte nicht wirklich zur Gemeinschaft der Menschen und sie befolgte auch nicht deren Regeln und Werte. Sie tanzte aus der Reihe, war das Andere, das Unnormale und sie verkörperte in fast jeder Hinsicht genau das Gegenteil dessen, was als schön, gut, erwünscht, lobenswert und tugendhaft galt. Doch die Vorstellungen davon, was äußerlich typisch für eine Hexe sei, haben sich im Laufe der Jahrhunderte immer wieder verändert. Der spitze Hut, der Besen, auf dem sie reitet, der geflickte Umhang, die Warzen im Gesicht, die Schwarze Katze und die Zaubersprüche, all diese Kennzeichen sind nicht auf einmal entstanden, sondern wurden von Generation zu Generation weitergetragen und oft mit neuen Elementen ausgeschmückt. Überliefert wurden sie in Volksmärchen, die man sich erzählte, aber auch in den Sonntagspredigten der Pfarrer, wenn sie über das Böse in der Welt sprachen. Später kamen Bücher hinzu. Bei all diesen Ausschmückungen ist es beinahe in Vergessenheit geraten, dass unsere Bilder von den Hexen ihren Ursprung bei den antiken Dämonen haben. Dämonen und was sie so treiben Die alten Griechen hatten eine rechtsstattliche Anzahl von Göttern. Es gab zwölf Hauptgötter, Zeus, Hera, Poseidon, Athena, Apollon, Artemis, Dionysos, Demeter, Ares, Aphrodite, Hermes und Hephaistos, die auf dem Berg Olymp im Norden Griechenlands wohnten und denen bestimmte Aufgaben zugeordnet waren. Zeus, der Göttervater, wurde als Gott des Wetters verehrt. Poseidon war der Gott des Meeres und Aphrodite die Göttin der Liebe und der Schönheit. Daneben wimmelte es von Halbgöttern und Kindern von Göttern, die als Titanen, Giganten oder sonstige merkwürdige Mischwesen auftraten. Die Abenteuer und Familienzwistigkeiten dieser rachsüchtigen, weisen oder liebestollen Götter und aller anderen mehr oder weniger göttlichen Wesen sind uns vor allem durch zwei sehr berühmte Autoren überliefert, Hesiod und Homer. In ihren Büchern sprechen sie mal von Göttern und mal von Dämonen, ohne darin einen Unterschied zu machen. Auf Griechisch hieß Gott also entweder Theos oder Daimon. Der göttliche Dämon und der dämonische Gott waren dadurch gleichgestellt. Mit der Zeit allerdings wandelte sich das Bild der Dämonen. So behauptete der griechische Gelehrte Thales von Milet um 500 vor Christus, dass Dämonen Wesen seien, die zwischen den Göttern und den Menschen stehen. Die Seele der Dämonen sei der menschlichen Seele verwandt, aber doch auch anders. Die Pythagorea, eine Gruppe von antiken Philosophen, gingen in Sachen Dämonen sogar noch einen Schritt weiter. Sie führten eine Dreiteilung ein. Ihrer Lehre zufolge gab es unsterbliche, echte Dämonen, die dem höchsten Gott sehr nahe standen. Zur zweiten Kategorie gehörten die Heroen, wie sie die Seelen von verstorbenen, tugendhaften Menschen nannten, die ein Leben im Paradies, damals hieß das Elysium, erwartete. Und schließlich gingen sie von sterblichen Dämonen aus. Das waren die Seelen der lasterhaften Menschen, die nach ihrem Tod in einen anderen Körper verbannt wurden und damit eine zweite Chance erhielten, ein besseres Leben zu führen und doch noch in den Himmel zu kommen. Ähnlich wie Talis sprachen auch die Pythagorea den Dämonen den Götterstatus ab. Sie waren sozusagen die von den Göttern gesandten Postboten, die den Menschen Botschaften überbrachten und ihnen sagten, wie die Zukunft aussehen würde. Doch aufgrund der Dreiteilung konnte es gute, wohlmeinende, aber auch bösartige Dämonen geben. Und da sie als geistige Wesen in Erscheinung traten, besaßen sie die Fähigkeit, eine bestimmte Gestalt anzunehmen. Bis zur Existenz von Gespenstern und Geistern war es dann nicht mehr weit. Zu dieser Zeit, als die Menschen an alle möglichen Götter, Geister und Dämonen glaubten, entstand eine neue Bewegung, die mehr und mehr Anhänger fand. Das Christentum. Die Christen verleugneten nicht einfach die Existenz all der antiken Götter, Titanen, Heroen und Dämonen. Sie machten vielmehr etwas sehr Folgenreiches mit ihnen. Sie verwandelten sie in das Böse schlechthin. Insbesondere die Dämonen betrachtete man von nun an als Wesen, die mit magischen Kräften wie auch mit menschlichen Eigenschaften ausgestattet waren. Das machte sie besonders gefährlich und zu sündigen Wesen. Die vorchristlichen Götter und Dämonen wurden dadurch zu Gegenspielern des einen wahren, guten und mächtigen Gottes erklärt. Damit nahm der christliche Teufels- und Hexenglaube seinen Anfang. Viele Verhaltensweisen und Erscheinungsformen der griechischen Dämonen tauchten bei den Hexen und beim Teufel wieder auf. Und wer ist Fluffy? Fluffy klingt nach einem niedlichen Hund. Das mit dem Hund stimmt schon, das mit dem niedlichsein weniger. Fluffy gehört Hagrid, dem Wildhüter von Hogwarts. Im ersten Band der Harry-Potter-Romane bewacht Fluffy den Stein der Weisen. Es ist praktisch, so wurden Kranke oft mit Säckchen berührt, die mit abwehrkräftigen Kräutern gefüllt waren. Oder man beschwor Formeln, die den kranken Menschen oder das kranke Vieh gesund machen sollten und nicht krank, wie es eine Hexe getan hätte. Einige Wissenschaftler haben es sich zur Aufgabe gemacht, den Hexenglauben unvoreingenommen und ohne Vorurteile zu untersuchen. Sie nennen sich Ethnologen. So einer war Edward E. Evans Pritchard, der Sohn eines Pfarrers aus England. Dieser Forscher hat ein Buch geschrieben, das sehr berühmt geworden ist. Es heißt Hexerei, Orakel und Magie bei den Sande. Zu Beginn des letzten Jahrhunderts verbrachte er viele Jahre bei den Sande. Die Menschen, die sich zu diesem Volk zählen, leben hauptsächlich im Sudan. Das liegt in der nördlichen Mitte von Afrika. In ihrem Leben und in ihrem Verständnis von Leben spielt der Glaube an Hexerei und Magie eine große Rolle. Der Feldforscher Evans Pritchard fand heraus, dass die Sande die Hexerei für völlig normal halten. Auf Schritt und Tritt begegnen sie ihr, ohne unbedingt ein großes Aufheben davon zu machen. In vielen Fällen sprechen die Sande von Hexerei, wenn wir einfach davon reden, dass man wohl Pech gehabt hat. Im Alltag passieren diese kleinen Missgeschicke ständig und der Sande sagt dann, das sei Mangu, Hexerei. Ihm kommt es aber nicht in den Sinn, sogleich zum Hexendoktor zu laufen, um die Hexe ausfindig zu machen. Das Unglück gehört zum Leben genauso wie das Glück. Und so fasst der Sande die Sache auch auf. Nur wenn es sich um ernste Angelegenheiten handelt, um Tod oder Krankheit oder riskante Aktionen, unternimmt er etwas, um sich vor der Hexerei zu schützen. Wenn ein Sande glaubt, verhext zu sein, sucht er einen Medizinmann auf und bittet ihn um Rat. Wenn der Medizinmann den Kreis der Verdächtigen eingegrenzt hat, wird ein Orakel befragt, um festzustellen, von wem genau die Hexerei ausgeht. Das beste Orakel ist nach Meinung der Sande das Gift-Orakel. Es kostet aber auch am meisten, denn es ist sehr aufwendig und bedarf verschiedener Vorbereitungen. Der Mann, der die Zeremonie durchführen soll, muss strenge Vorschriften einhalten. Er darf gewisse Fleischsorten nicht essen, er darf nicht mit seiner Frau schlafen und auch keinen Hanf rauchen. Wenn er diese Regeln mehrere Tage lang befolgt hat, gilt er als rein und es ist ihm erlaubt, das Gift-Orakel zu befragen. Für eine solche spiritistische Sitzung treffen sich mehrere Sandemänner an einer abgelegenen Stelle im Wald. Sie bringen junge Hühner in Körben mit sowie das Orakelgift. Bevor sie mit der Zeremonie beginnen, besprechen sie, welche Fragen gestellt werden sollen und in welcher Reihenfolge. Wenn sich alle einig sind, geht es los. Der Mann, der rein ist, tritt nun an einem ausgesuchten Platz das Gras nieder und gräbt ein Loch in den Boden. In dieses legt er ein Blatt. Danach schüttet er darauf das Gift. Dazu stellt er einen Behälter mit Wasser und einige Blätter, die sich zu einem Trichter zusammenrollen lassen. Jetzt mischt er das Giftpulver mit etwas Wasser zu einem Brei, nimmt sich ein Huhn aus einem der Körbe und flößt dem Tier das Gift ein. Dabei stellt er in verschiedensten Varianten immer wieder die gleiche Frage, endet aber stets mit der Formulierung Ist das der Fall, Gift-Orakel? Töte das Huhn! Oder Ist das der Fall, Gift-Orakel? Schone das Huhn! Schließlich wird das Tier auf den Boden gelegt und alle beobachten gespannt seine Bewegungen. Hühner reagieren auf das Gift äußerst unterschiedlich. Manche sterben sofort, andere erst, nachdem sie geschüttelt und wieder auf die Erde gesetzt worden sind. Auf einige hat das Gift sogar überhaupt keine Wirkung. Sobald sie wieder auf der Erde sitzen, fangen sie an zu picken und herumzulaufen und setzen ihr übliches Hühnerleben fort. Wenn das Gift-Orakel aber das Huhn tötet und man dabei eine bestimmte Person als Hexer identifiziert, wird dem Federvieh ein Flügel abgeschnitten. Dieser dient als Beweismittel. Ein Stellvertreter des Orakel-Befragers wird mit dem Flügel zu dem Hexer oder der Hexe geschickt und legt ihm oder ihr den Flügel zu Füßen. Das bedeutet, wir haben durch das Orakel festgestellt, dass von dir Hexerei ausgeht. Wir bitten dich, deine Hexerei zurückzunehmen. Der Umgangston ist zunächst freundlich und zuvorkommend. Man erwartet von dem Hexer oder der Hexe ebenfalls ein höfliches Verhalten. So soll diese Person über den Flügel blasen, als Zeichen dafür, dass sie gewillt ist, keinen weiteren Schaden anzurichten. Ein Sande, der der Hexerei beschuldigt wird, denkt natürlich, dass ein Irrtum vorliegt. Trotzdem wird er sich kooperativ verhalten, denn er will Ärger vermeiden. Wenn das Unglück schließlich aufhört, gehen alle wieder zur Tagesordnung über. Reagiert der Beschuldigte aber unwirsch und beleidigt, wird man ihm androhen, Maßnahmen gegen ihn zu ergreifen, sollte die Hexerei nicht aufhören. Am liebsten leben wir mit netten, freundlichen Menschen und niedlichen Haustieren zusammen. Die Hexe ist aber weder nett und freundlich noch niedlich. Sie hat zwar eine menschliche Gestalt angenommen, aber nur um die Menschen zu täuschen. Die Hexe ist eine Dämonin, eine Unholdin und Geisterbraut. Und wer will schon mit so einem Wesen unter einem Dach wohnen? Fast alles, was die Hexe treibt, ist entweder verboten, zumindest zweifelhaft, oder schlicht abstoßend. Sie hält sich einfach nicht an die Regeln eines harmonischen Miteinanders, sondern macht ihr eigenes Ding. Magische Formeln